Mein Beileid. Hä? Du bist gelähmt. Ach echt? Das hätte ich ohne dich jetzt nicht erkannt. Naja, ich dachte mir nur, das Leben muss doch grausam für dich sein, nicht auszuhalten. Nee, mir geht es tatsächlich ganz gut. Danke der Fürsorge. Ich glaube, er will damit sagen, dass du wegen deiner Behinderung nicht mehr glücklich sein kannst. Aber ich bin glücklich. Na, ich weiß ja nicht, mit einem gebrochenen Rücken. Warte, wo willst du hin? Beim Heiligen Stern-Clan, du kannst dir nicht vorstellen, mit was für einer unglaublichen Geschwindigkeit sich die massive Dummheit von Löwenglut heute weiterentwickelt hat. Hat er schon wieder gedacht, dass das Fiepsen einer Maus der Ruf einer Meise war? Ich lebe aus Trotz. Echt? Du scheinst mir sehr glücklich zu sein. Jep, genau das ist der Punkt. Ich lebe mein bestes Leben, trotz allem, was passiert ist und passieren kann. Niemand kann mich aufhalten. Dann, ich lebe das Fiepsen. Dann, ich lebe das Fiepsen. Jetzt, ich lebe mich aufhalten. Vielen Dank.